Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Hier siehst du eine Raupen mit transparenter Haut. Und die weissen Verästelungen, die sich hier bewegen, bilden das Atmungssystem von ihr. Und da hat es einfach einen einzigen Baum herumgewirbelt. Das ist ein Pein mit einem Doppel! Ich komme in der Zukunft, ihr Loser! Wenn du es nicht gewusst hast, so tönen Koalabären. Der Vogel hier ist komplett hypnotisiert von dieser Wäschmaschine. Die Person hat das U-Boot aus Lego gebaut und hat es dann mit Frauenfürst zerbombt. Die Vietnamesen hauen einfach in den Medizinball hinein. Dump Dump